Hallo zusammen, mich ist wieder DeutscherLar und herzlich willkommen für euch in Shadowlands unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Guide Video präsentieren. Heute wollen wir uns mal ein bisschen genauer den Mage Tower angucken und zwar wie wir uns da so ein bisschen drauf vorbereiten können, Zwecks, Gear, Consumables und Diverses. Zum Einstieg erstmal, was ist der Mage Tower? Mage Tower ist ein Solo-Player-Event, wo ihr einen Boss oder mehrere Bosse besiegen müsst und es gibt insgesamt sieben verschiedenen Challenges. Jede Klasse bzw. jeder Spec hat eine fixe Challenge, die er nur bewältigen kann. Insgesamt, wie gesagt, gibt es sieben Challenges. Wenn ihr alle einmal euch anschauen wollt, braucht ihr verschiedene Specs bzw. auch verschiedene Klassen. Das Ganze kam ursprünglich rein zu Legion mit dem Pre-Patch zum Tumor-Sagoras-Raid und deshalb hat das am Ende der Expansion wieder rausgenommen. Damals hat man fix sich schöne Artefakt-Skins erspielen können und mittlerweile mit der Neuauflage, die jetzt über das Timewalker-Event von hier Legion wieder reingekommen ist, kriegt man nicht mehr die alte Artefakt-Skins, sondern man bekommt neue T-Mock-Skins. Unter anderem gibt es dann auch hier ein schickes Mount, wenn man alle sieben verschiedenen Challenges hat und hier haben wir einmal die T-Mock-Recolors vom Tier 20 drin unter Zeitversehrt. Also beim Druid ist das dann halt hier so eine grünliche, nicht so nice, aber auf jeden Fall eine schicke Belohnung. Wenn ihr dann bei allen Klassen und allen Specs die 36 Challenges absolviert habt, gibt es dann auch noch eine nette Heldentat, dass ihr ein krasser Typ seid. Und ja, ich würde sagen, wir schauen jetzt mal rein, wie wir am besten unser Gear bzw. Consumables gestalten können, um hier das Maximale rausholen zu können. Als allererstes soll gesagt sein, jetzt ist es ja so, dass es ein Timewalker-Event ist, heißt, umso besseres Gear ihr habt vom Item-Level, seid ihr nicht umso stärker, sondern euer Gear wird runtergescaled. Ihr könnt minimal anmelden mit Stufe 50 und maximal mit Stufe 60, weil höher geht es im Moment nicht. Dementsprechend solltet ihr aber am besten mit einem 60er-Chall das machen, denn zwischen 50 und 60 schaltet ihr noch ein paar Fähigkeitsverbesserungen frei. Und diese Fähigkeitsverbesserung habt ihr dann auch im Timewalker noch. Nur euer Gear wird quasi runterskaliert bzw. auch die Stärke der Fähigkeiten, aber nicht die Ränge der Fähigkeiten. Das ist ganz wichtig und die Anzahl der Fähigkeiten wird auch nicht limitiert, außer eine kleine Ausnahme. Und zwar, was limitiert wird, sind alle Sachen, die aus Shadowlands kommen, heißt, die Conduits funktionieren nicht, heißt, also das wird alles deaktiviert, heißt, eure Paktfähigkeiten sind deaktiviert. Convoke beim Druid funktioniert zum Beispiel nicht und die Sehengestalt funktioniert natürlich auch nicht und sämtliche Legendary- und Sondereffekte funktionieren auch nicht. Also, das Herz von Azeroth, diese ganzen Sondereffekte, wie jetzt hier diese Explo, gehen nicht. Der Proc vom Legendary-Umhang geht nicht. Alte Legendaries aus Legion gehen nicht. Die aktuellen Legendaries aus BFA funktionieren nicht. Also, alles Mögliche, wo man irgendwo nochmal Zusatzeffekte hat, werden deaktiviert, außer was funktioniert, sind normale Items, wie zum Beispiel jetzt hier dieser Dreizack, den ich anhabe. Der hat einfach noch einen zusätzlichen Proc-Effekt drauf. Solche Sachen funktionieren aber alles, was mit irgendwelchen Expansion-Features zusammenhängt, die sind alle deaktiviert, heißt, auch der Legendary-Ring aus Warlords of Draenor ist deaktiviert und viele, viele andere. Andere Sachen, die fallen alle flach. Jetzt können wir aber schauen, dass wir unser Gear für Timewalking ein bisschen perfektionieren. Heißt, wir können uns alle Items anlegen, die bestimmte Stats haben. Also, sprich, beim Drill zum Beispiel brauche ich Versa und Mastery oder Versa und Tempo. Dann schaue ich, dass ich auf jedem Item schon mal diese Stats drauf habe, die ich vorher anlege. Die müssen Stufe 50 oder Item Level 50 und höher sein. Wenn die niedriger sind, habt ihr das Problem, dass ihr dementsprechend ein paar Stats verliert. Weil hochgebastelt werden die nicht, aber runterskaliert werden die schon. Also, auf Item Level 50 werdet ihr runterskaliert. Wenn die Items niedriger sind, wenn die Item Level 30 sind, dann könnt ihr die auch anlegen. Aber die sind dann im Mage Tower auch 30 und verliert einfach Stats. Heißt, wir wollen als erstes einmal alle Items auf möglichst Item Level 50 und höher haben und mit den optimalen Stats. Und was wir dann noch rausholen können, ist, dass wir möglichst viele Sockel-Items drauf haben. Und, dass wir vielleicht ein paar Sondereffekte drauf haben, die für eure Klasse gut sind, die nicht deaktiviert sind. Wie gesagt, die meisten normalen Sondereffekte, die auf 0 auf 15 Item drauf sind, sind aktiv. Alles mögliche, was mit Legendaries oder mit Artefakten oder anderen Sachen zu tun hat, die sind alle deaktiviert. Also, dieses Zeug funktioniert nicht. Dann können wir noch ganz gut was über Trinkets rausholen. Da gibt es die einen oder anderen, die relativ stark sind. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal anhand von einem WoW Headguide. Da gibt es einen ganz schönen. Nein, das muss ich bloß gucken, dass ich das Richtige euch raussuche. Genau. Einen kleinen Strategie-Guide, den werde ich euch auch nochmal verlinken. Da können wir uns ein bisschen dranhangeln, was wir uns am besten holen. Und zwar, es gibt verschiedene Sachen, wo wir uns Gear beschaffen können. Es gibt einmal Chromie das Time-Gear-Set. Das ist meistens aus Burning Crusade. Dann können wir uns Crafted PvP-Gear holen. Für die Alternative habe ich mich entschieden. Dann Socket-Gear aus Legion, Siege of Orgrimmar können wir uns ein bisschen Gear holen. Und das Schlechteste ist halt das Shadowlands-Gear, wo wir uns dann quasi über die Cortia-Fraktion nochmal extra Sockel drauf basteln können. Das Erste, was ich euch zeigen kann, ist die Geschichte mit den Sachen, die alle rausgenommen sind. Hier habe ich es vorhin schon mal gesagt, also alle Covenant-Effekte sind draußen. Dann haben wir die Legendary-Effekte sind draußen. Die Shards sind auch draußen, also die Domination-Shards, die man aus dem aktuellen Raid kriegt. Die Azerid-Effekte sind alle deaktiviert. Dann alle möglichen anderen Legendary-Effekte sind deaktiviert. Legendary Ring aus WOD ist deaktiviert. Die Legendary Gems aus MOP sind deaktiviert, falls man die noch hat. Alle Tier-Set-Bonus sind natürlich auch deaktiviert. Und dann noch andere Legendary-Items, wie zum Beispiel Drachenzorn oder Valanir. Diese ganzen Effekte sind auch rausgenommen. Oder den Umhang, den ich euch jetzt vorhin gerade gezeigt habe. Dann gibt es hier Items aus dem Chromie-Timewalker. Ihr müsst mit anderen Leuten Chromie-Timewalker, also andere Leute, die haben Chromie-Timewalker an, ihr lauft mit denen Dungeons und die geben euch Items. So könnt ihr quasi die Biss-Items bekommen. Denn, habe ich persönlich nicht gemacht, ist relativ aufwendig. Ihr könnt das theoretisch auch mit einem zweiten Account machen. Die Geschichte ist, so wie ich das hier rausgelesen habe, müssen diese anderen Leute Level 44 bis oder 45 sein. Denn dann kriegen sie aus dem Burning Crusade Dungeons dementsprechend in diesem Chromie-Timewalker-Modus Item Level 50. Warum wollen wir Item Level 50 genau haben? Wir könnten ja auch sagen, die können höher sein. Und dann gibt es halt 54, 55 und im Timewalker wird es einfach im Mage-Tau wieder runterskilliert. Ihr wollt, dass diese Items Level 50 sind, denn es gibt einen Haufen alte VZ-Items, die ihr drauf machen könnt. Und die könnt ihr nur auf Items drauf machen, die genau Item Level 50 sind. Ja, oder drunter. Wenn ihr Items habt, die drunter sind, verliert ihr halt Stats. Und wenn ihr Items habt, die drüber sind, könnt ihr diese ganzen VZs nicht drauf machen. Und auf allen Items, die über 50 sind, könnt ihr nur die aktuellen Shadowlands-Sachen drauf machen. Und das sind nur eine Handvoll. Und theoretisch, wenn ihr genau Item Level 50er-Items habt, mit maximalen Sockeln, könnt ihr alle Verzauberungen drauf machen. Also das wäre das perfekte Gear. Ist aber sehr viel Aufwand, weil ihr, wie gesagt, wenn ihr einen zweiten Account braucht, oder andere Leute, die mit Level 54, mit 44 oder 45 mit euch dann in der Chromie-Time-Dungeons laufen, in Burning Crusade, um dementsprechend genau diese Items zu gehen, um die euch zu handeln. Da könnt ihr euch die perfekten Sachen holen. Zum Beispiel können wir uns jetzt hier mal was anschauen. Also wir gehen jetzt mal hier auf die Schultern drauf. Und da seht ihr, da gibt es dann einige Schultern, die haben dann zwei Sockelplätze. Und wenn ihr halt die Chars auf 44 oder 45 habt, sind die halt Item Level 50. Müsst ihr euch die rüberhandeln lassen. Und dann könnt ihr die Sockeln und verzaubern. Das wäre das Optimale. Ist sehr, sehr aufwendig. Braucht ihr andere Leute für, kann ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Aber wenn ihr das Maximale rausholen wollt, dann könnt ihr das tun. Ja, dann eine andere Alternative, die wesentlich einfacher ist und die ich gewählt habe, ist PvP-Crafted Gear. Und zwar ist es hier so, dass ihr, das kann ich euch jetzt mal zeigen, einmal zum Beispiel als Lederer, es geht auch als Schneider oder als Schmied, dementsprechend hier Gear craften könnt. Und zwar im Mists of Pandaria-Bereich. Wir gehen jetzt einmal hier rein. Draenor, Mists of Pandaria. Und hier gibt es PvP-Gear, das ihr euch craften könnt. Und ihr seht, das ist Item Level 39. Kostet einfach nur ein paar Belgier. Ja, ich weiß, die sind im Moment gerade ein bisschen teuer, weil die Leute darüber Gold verdienen wollen. Aber, die haben alle schick Sockel drauf und ihr habt die Möglichkeit, mit einer Reagenz, die ihr euch auch herstellen könnt, das ist Relikt der Vergangenheit, hier Rang 5, die auf Item Level 45 hochzubringen. Äh, 54, so rum. Ja, damit habt ihr, ähm, könnt ihr euch die perfekten Stats einmal aussuchen. Die könnt ihr direkt kräften, müsst nicht großartig rummachen. Also, ich hab zum Beispiel für Euleman komplett Mastery-Gear hergestellt, wo auf jedem Teil Mastery drauf ist. Hab dann Sockel mit drauf. Und, ähm, ja, das, äh, die sind halt 54. Da könnt ihr leider die alten VZs nicht drauf machen. Also, dieses Manko habt ihr. Und ihr habt im Gegensatz zum Burning Crusade-Gear manchmal einen Sockel weniger. Ne, hier hab ich jetzt nur einen Sockel. Auf dem Burning Crusade-Ding waren zwei Sockel drauf. Ähm, dafür könnt ihr sie gleich herstellen und müsst nicht mit einem anderen, äh, oder mit vier Leuten da Sachen traden und ewig Burning Crusade-Dungeons laufen. Ist halt die Frage, ob, ähm, ob man sich die Zeit für die Burning Crusade-Sachen nehmen will. Aber hier hättet ihr zumindest, könnt ihr euch ein komplettes Gear craften. Sockel habt ihr drauf und Stats könnt ihr euch auch aussuchen. Da könnt ihr aber, wie ihr seht, nur die Shadowlands-Sachen drauf craften, weil die halt, äh, oder verzaubern, weil die halt nur, äh, weil die halt vier Item Level zu hoch sind. Ne, und dementsprechend das dann leider nicht geht. Dann können wir uns jetzt nochmal weitere Sachen anschauen, ähm, Moment, da hab ich das falsche offen, das brauchen wir, genau. Also das ist dieses Craft-Zeug. Äh, wie gesagt, gibt's von Schneider, ähm, Schmied, Lederer, kann dann Kette und Leder quasi herstellen. Das hab ich gemacht. Ähm, dann gibt's auch noch die Möglichkeit quasi, sich ein bisschen Gear, ähm, zu ergämbeln. Und zwar können wir über Netersplitter, beziehungsweise, ähm, auf Argus gibt's dann auch noch dieses Agony. Da kann man sich, ähm, bei einem Händler-Items ergämblen, die können dann random auch mit Sockel rollen, ist vielleicht auch eine ganz praktische Sache. Oder, ähm, in Nassiatar gibt's die Mana-Perlen. Wenn ihr da noch welche über habt, könnt ihr euch auch Sachen ergämblen. Diese Währung müsst ihr euch aber dann erst erfarmen. Und ob sich das rentiert, da braucht ihr schon relativ viel, um euch die quasi perfekten Stats plus Sockel zu ergämblen. Vielleicht für das ein oder andere Trinket kann sich das mit den, ähm, Agonyt lohnen. Auf der Windika kann man die ja immer umtauschen. Ähm, dann kann man sich noch die Legion-Legendaries bauen. Hier gibt's zum Beispiel, ähm, für ein Lederer Schuhe, die man sich herstellen kann mit drei Sockeln. Kann sich auch rentieren. Sind natürlich vom Item-Level zu hoch, um dann die alten Fortsets draufzumachen. Aber Schuhe kann man ja eh in BFA, äh, äh, nee, in Shadowlands einmal Fortsetten. Soviel dazu. Dann gibt's noch eine Möglichkeit in SOO. Könnt ihr euch auch noch, ähm, dementsprechend Gear farmen. Und zwar Siege of Ogrimma im mythischen Modus. Dann müssen wir einmal nach Mist of Pandaria gehen. Hier ist es so, dass ihr auch Items habt, die zwei, beziehungsweise die großen Teile, die Brustteile, die haben dann sogar drei Sockel, also die maximale Anzahl an Sockeln. Das einzige Manko an diesen Items ist dann leider, dass die nur Item-Level 45 sind. Hier könnt ihr die alten Fortsets draufmachen, aber, ähm, ihr habt fünf Item-Level weniger und ein bisschen weniger Stats, ja. Also, ihr könnt eventuell gucken, ein paar Sachen aus SOO mitnehmen, ähm, wo ihr alte Fortsets noch draufmachen könnt, plus drei Sockel könnte es bei dem ein oder anderen Item sein, dass er mit VZ und dem dritten Sockel diese fünf Item-Level-Differenz, ähm, ausgleicht. Terz, äh, sekundär Sets habt ihr dann auf jeden Fall mehr drauf, aber ihr verliert ein bisschen Ausdauer, ein bisschen Beweglichkeit, je nachdem, was ihr für eure Klasse braucht. Da müsst ihr so ein bisschen gucken, ähm, was ihr da am besten mitnehmt. Soviel zum Grundgear. Übrigens, was ihr auch noch machen könnt bei den Ringen, wenn dann die alten Legion-Lagendaries anziehen, wo ihr auch noch einen Sockel-Slot drauf habt, oder, was ihr alternativ noch machen könnt, ist, dass ihr hergeht und dementsprechend beim Juve euch, ähm, einen Ring craften lasst oder im Auktionshaus kauft. Da könnt ihr euch auch die Sets aussuchen und die Shadowlands-Ringe haben ja auch immer einen Sockel drauf, also ist das eigentlich schon ideal. Heißt, wenn ihr euch für die, äh, easy-Variante entscheidet, könnt ihr einfach, äh, euch komplett die Slots craften hier mit dem, ähm, ja, Mist of Pandaria-Zeug. Die Ringe könnt ihr euch dementsprechend holen über Shadowlands mit einem Sockel drauf und, ähm, dann müsst ihr halt noch gucken. Umhang kann ich empfehlen, den, äh, alten Legendary-Umhang aus BFA zu empfehlen. Der hat drei Secondary-Stats drauf. Die Effekte gehen natürlich nicht, ne, brauchen wir nicht drüber reden, aber zumindest drei Secondary-Effekte. Der Hals aus, ähm, BFA hat auch drei Sekundär-Effekte drauf, ähm, ist halt auch besser. Oder ihr findet noch einen Hals, wo ihr dementsprechend noch ein paar Sockel habt. Es gibt einen aus Archäologie in Legion, ähm, den kann man im Hochberg erspielen. Der hat drei Sockel-Slots drauf. Das Problem ist, da muss halt die jeweilige Quest da sein und die switchen alle zwei Wochen. Also, da sich so einen extrem guten, ähm, Hals zu holen mit den Sockeln ist schwierig. Theoretisch kann man sich auch, ähm, hier Brüders anziehen. Das hat auch nochmal einen Sockel drauf. Auch drei Terziers, äh, Sekundär-Stats. Ich habe mir jetzt halt die Ringe hier angelegt. Da müsste ich mir noch einen Juve-Ring holen, dann könnte ich den anderen anlegen. Denn man kann nur zwei Legion-Legendaries quasi anlegen. Gut, so viel dazu. Dann haben wir, ähm, noch Waffen und Trinkets. Da kann man am meisten rausholen. Bei den Waffen kann man sich auch Items anlegen, die jetzt, äh, irgendwelche Special-Effekte haben. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel für die Tank-Challenge hier einen angelegt, ähm, der nochmal mir so ein kleines Schild gibt, so eine kleine Blase, die ein bisschen Schaden absorbiert. Hab dafür keine Sekundär-Stats. Muss man sich überlegen, ob es das einem wert ist. Gibt es für verschiedene Klassen verschiedene Items. Oder man geht den Weg mit den Sockeln. Ähm, da kann man dann einmal unter anderem auch, ähm, ähm, wenn man die alten Waffen aus Siege of Oklahoma noch hat, die leider mittlerweile rausgepatcht sind, gibt es dann noch Erbstück-Waffen. Und zwar, ähm, gibt es da Waffen. Zum Beispiel hier, ich habe dieses Höllschreis, äh, Schweine-irgendwas-Ding. Das hat nochmal zwei Sockel drauf. Ne, da kann man nochmal ein bisschen mehr Sekundär-Stats rausholen. Für die einzelnen Klassen müsst ihr halt so ein bisschen gucken, was ihr dann am besten verzaubern und sockeln müsst von den Stats her. Ähm, das ist bei jeder Klasse ein bisschen unterschiedlich. Hier soll es jetzt erstmal ein bisschen allgemeiner um, ähm, die kompletten Sachen gehen. Genau. Dann können wir uns noch die Trinkets angucken. Bei den Trinkets ist es hier auch ganz gut. Bei dem WoW Headguide sieht man, ähm, ein paar aufgezählt, die ganz gut sind. Was bei den meisten Klassen auf jeden Fall was bringt, ist der Arcano-Crystal. Den bekommt ihr von einem World-Boss in Legion. Und zwar Verdorrter Jim heißt der. Der ist, glaube ich, im Moment leider nicht da. Ihr könnt ihn aber auf der Windika mit dem Argonit ergambeln. Also dieses Argonit-Farmen und dann immer wieder dieses Trinket-Token auf der Windika kaufen könnt ihr ihn bekommen. Dann haben wir gesprungenes Seelenprisma. Das kriegt man von obersten Verdammtes-Lord-Kazak. Das ist der World-Boss im Tannan-Dschungel in, ähm, WOD. Das hat auch einfach Stats drauf. Also die Stat-Dinger könnt ihr eigentlich mit jeder Klasse anziehen, weil ihr da einfach extrem viele Stats bekommt. Und dann gibt es halt hier verschiedene Trinkets für jetzt zum Beispiel im Caster, ne. Hier haben wir einmal einen Trinket von Iskar. Das ist in, ähm, quasi in Warlords of Draenor in der letzten Raid-Instanz, wo ich jetzt schon wieder den Namen vergessen habe. Also wir gehen einmal in, ähm, Warlords of Draenor rein und der Höllenfeuer Zitadelle. Da haben wir dann einmal Iskar. Da hätten wir einen Trinket, was für Caster ganz gut ist. Habe ich persönlich jetzt noch nicht ausprobiert. Dann haben wir den Samen, das ist eigentlich ein Agi-Trinket, ähm, wo man so eine Void-Fläche hinlegen kann. Das ist von Nitendra aus, ähm, dem Smark-Grün-Alb-Traum, also aus einem Legion-Dungeon. Gleich der erste Boss könnt ihr euch easy farmen. Dann, ähm, haben wir hier noch einen Heiler-Trinket. Das ist einmal ein, das ist so ein, ähm, Kompendium. Das ist einmal von Inschriftenkunde, glaube ich, kann man sich das herstellen. Dann haben wir hier nochmal eins für Heiler von Argus aus dem Raid. Und dann haben wir das Taschenrechner-Gerät, was ich unter anderem anhabe. Da brauchen wir aber den Zyklon, Zyklotonischen Beschuss, dass ich es nur rausbringe. Das ist eine zusätzliche Lochkarte. Und, ähm, das kann ich euch einmal zeigen. Das habe ich auch hier gerade angelegt. Das ist einfach ein Trinket, das könnt ihr euch in Mechagon bei dem Roboter bauen. Und dann gibt es eine zusätzliche Lochkarte, die wir uns hier holen können. Die können wir auch von einem Händler quasi uns kaufen. Und wenn wir die reinmachen, können wir dieses Trinket aktiv benutzen. Dann schießt so ein Laser raus, macht relativ gut Schaden. Habe ich jetzt in der Tank-Challenge und der Eulen-Challenge tatsächlich auch benutzt. Das lohnt sich. Dann, ähm, Aggie-Trinkets. Haben wir hier wieder die Stats-Sachen. Dann haben wir hier eins von Gruhl der Drachen. Schlechter, das ist aus der Blackrock Foundry. Ein Boss, wo wir uns holen können. Sieht, wieder von eine Tendra. Hatten wir eben auch schon. Taschenrechner-Gerät. Ähm, ne, hatte ich euch gerade auch schon erklärt. Und dann haben wir hier quasi ein Trinket von der Generalin Karl. Das soll anscheinend gerade ein bisschen buggy noch skaliert sein. Das ist aus, ähm, blutige Tiefen, meine ich, dem Dungeon. Vielleicht habt ihr das aktuell noch irgendwo rumliegen. Und dann, ähm, gibt es hier unten noch die Stärke-Trinkets. Das sind auch wieder dieselben, wie wir es vorher gesehen haben. Ähm, genau. Das sind sogar komplett die gleichen Trinkets, die man da benutzen kann. Ähm, dann haben wir hier unten nochmal ein paar Waffenvorschläge. Es gibt hier, äh, noch zwei Waffen, die man mit maximalen Sockeln. Hier auch wieder von Keltas haben wir einmal eine Waffe. Das müsste aus TDM sein von Keltas. Und das hier haben wir von Clownkönig Iskar. Das müsste aus einer von der auch Hin- und In-Dungeons sein. Also das ist eine Melee-Waffe und eine Caster-Waffe quasi. Wie gesagt, hier diese beiden Waffen werden dann halt wieder über die, ähm, ja, Timewalker-Version in MOP, wo man halt hier mit der Grummi-Time ein bisschen spielt. Aber da müsst ihr dann gucken, dass ihr dementsprechend, ähm, euch noch ein paar andere Twings anlacht. Und hier die Waffen hatte ich euch ja schon gezeigt. Das sind die Hölschrei-Waffen. Falls ihr die noch rumliegen habt, falls ihr die damals in MOP geholt habt, könnt ihr die auch ganz gut benutzen. Dann gibt es hier noch ein paar Waffen mit, äh, Special, äh, Effekten drauf. Äh, die haben aber teilweise sehr geringe Drop-Chancen. Und ob sich das lohnt, die wirklich zu holen. Ich habe jetzt meinen, ähm, Kolben aus, ähm, Crucible of the Storm. Und da muss ich schon sagen, hat sich der nicht sonderlich rentiert. Genau, das ist soweit jetzt zu den Items. Wie gesagt, wenn ihr das Maximale rausholen wollt, macht der Grummi-Time und haut euch ein, zwei Leute oder ein zweiter Account, wo ihr das farmen könnt. Ist aufwendig. Oder ihr macht's wie ich und, äh, craftet euch hier diese kompletten Sachen, ähm, um dementsprechend da noch ein bisschen was rauszuholen. Dann können wir auch noch mal reingucken, was, ähm, Richtung, ähm, Fortsets noch so geht, beziehungsweise Richtung, ähm, Konsumables. Das eine, was wir machen können, ist hier einen Haufen alte Fortsets draufhauen. Und zwar, ihr seht, ähm, wenn eure Items nicht über, ähm, nicht zu hoch sind, über, glaube ich, 50, könnt ihr euch auf jeden Fall hier eine Hals-Fortset drauf machen. Ich werde euch den Link auch noch mal reinpacken. Da gibt's auch, äh, für jeden Speck eine. Also sprich, für Caster, Melees, Heiler und Tanks. Dann, ähm, gibt's auch noch eine Schulterverzauberung. Die kann einen Inschriftenkundler basteln. Und dementsprechend geht die aber auch nur auf Item-Level 50. Dann gibt's eine Rücken-Fortset, die ihr hier mit, ähm, Stats draufhauen könnt. Die geht auch nur bis Item-Level 50. Dann, ähm, haben wir hier eine Chest-Fortset mit Primär-Stats. Äh, die geht, glaube ich, bei jedem Level. Das ist dann relativ egal. Das ist, gibt's auch eine Shadowlands-Verzauberung, die ihr euch draufknallen könnt. Dann, ähm, haben wir für Handgelenke die Intelligenz-Verzauberung. Die könnt ihr auch auf jedem Item-Level draufhauen. Wir können hier mal das Ganze auf Deutsch stellen. Dann seht ihr vielleicht auch die Namen, wie sie im Deutschen sind. Falls ihr euch das holen wollt. Dann auf Hände könnt ihr euch hier auch nochmal ein bisschen Zaubermacht als Caster draufhauen. Das geht aber auch nur bis Level 50. Also wenn ich die Items craftet mit, ähm, auf 54 könnt ihr euch das leider nicht draufhauen. Dann auf einem Item, das maximal auf Stufe 50 ist, könnt ihr euch noch einen zusätzlichen Gürtelsockel draufmachen. Das kann der Schmied herstellen. Dann haben wir hier noch, ähm, einmal auf einem Item-Level oder auf einem Item, das maximal 50 ist, so Fäden. Die können wir auf die Hose basteln. Die kann zum Beispiel einen Schneider herstellen. Dann gibt's, ähm, die Schuh-Verzauberungen. Ähm, für Agi gibt's auch eine Shadowlands-Verzauberung. Also da könnt ihr euch eine so draufhauen. Wenn ihr natürlich ein Item-Level bis maximal 50 habt, könnt ihr euch hier noch Stats draufhauen. Zum Beispiel Crit könnt ihr euch draufhauen. Mastery, Versa, alles Mögliche, was ihr für die Klassen braucht. Dann die Ringfortsätze sind unproblematisch. Die Stats könnt ihr euch einfach die Shadowlands-Verzauberung draufhauen. Heißt, ähm, die aktuelle, die ihr eh habt, das hab ich bei meinem jetzt auch gemacht, weil ich hier, ne, seht ihr, die sind ja 53 und 59, einfach die VZ aus Shadowlands draufhauen. Und, ähm, dann für die Waffen gibt's dann verschiedene Sachen. Ihr könnt dann einmal, je nachdem, was ihr für eine Klasse, ähm, beziehungsweise Speck seid, die alten VZs draufhauen. Also hier könnt ihr Jadegeist draufhauen, Himmlische Frühling, ähm, Waffe in Zug oder die Brilliance. Die könnt ihr euch draufhauen. Die haben, soweit ich das sehe, ähm, nur manche in der Item-Level begrenzt. Zum Beispiel der Jade-Welt, das könnt ihr nur auf Stufe 50 draufhauen. Und hier die andere, ne, die hat keine Begrenzung, die Brilliance. Oder ihr haut euch die aktuellen Shadowlands-Verzauberungen drauf. Das ist dann, je nach Klasse, ein bisschen unterschiedlich. Genau, ähm, hier sind jetzt diese ganzen quasi Info-Sets. Dann haben wir hier unten selbiges nochmal für Agi. Da müsst ihr halt einfach schauen, welche Stats ihr braucht, ne, wenn ihr Beweglichkeit habt. Dann gibt's halt einmal hier oben Int, hier einmal Beweglichkeit. Und die, ähm, Stats sind ja quasi, also die Sekundär-Stats sind ja dann immer quasi unterschiedlich. Da müsst ihr halt einmal schauen, welche, ähm, ja, welche Stats ihr braucht, beziehungsweise welche, ähm, Ausrichtung ihr mit eurer jeweiligen Klasse habt. Da jetzt alle durchzugehen, ist, glaube ich, ein bisschen viel. Und wie gesagt, immer merken, habt ihr Gear, das genau auf Stufe 50 ist, könnt ihr die ganzen alten draufhauen. Habt ihr Gear, das über 50 ist, könnt ihr halt leider nur die neuen Shadowlands-Verzauberungen draufhauen. Dann kommen wir hier weiter zu den, ähm, zu den Sockelsteinen. Hier ist es übrigens so, dass ihr, ähm, gucken müsst, dass ihr die maximalen Stats rauskriegt. Und zwar, ähm, gibt's einmal hier, ähm, die Meta-Gems. Und diese Meta-Gems könnt ihr nur in den Kopf reinbasteln. Ich hab zum Beispiel jetzt hier einen drin mit plus 3, ähm, Beweglichkeit und 3% mehr Crit. Ich wollte eigentlich einen mit Int, merke ich gerade, weil das mal in euren Gear ist, aber nicht so wild. Da könnt ihr, ähm, euch quasi einen im Auktionshaus kaufen oder selber schleifen, wenn ihr das habt. Ihr solltet auf jeden Fall so einen Meta-Stein mitnehmen, weil 3% mehr Crit ist schon eine schöne Sache, ja. Je nachdem, was ihr dann braucht, könnt ihr auch, ähm, andere Stats hier mitnehmen. Es gibt dann quasi hier auch welche mit Intelligenz oder mit Stärke, je nachdem. Und dann gibt's hier maximal, ähm, plus maximales Mana, ähm, das vielleicht brauchen das Heiler, ich kann's euch nicht sagen. Hier gibt's eine Rüstung, die würde ich jetzt selbst als Tank ehrlich gesagt nicht mitnehmen. Dann könnt ihr euch, ähm, quasi Stats noch reinsockeln. Da gibt's dann einmal, das Maximale ist quasi 7 Stats, was ihr euch reinsockeln könnt. Das sind die BFA, epischen Sockel. Dann, ähm, den könnt ihr aber leider nur einmal quasi anlegen. Dann gibt's einmal plus, ähm, 6 Intelligenz, den könnt ihr auch nur einmal anlegen aus BFA. Und dann aus Legion gibt's einmal auch nur 6 Stats und den könnt ihr auch nur einmal anlegen. Und sonst, ähm, habt ihr quasi dann noch, ähm, Sockel aus, ähm, BC. Die Droppen von den BC, ähm, HC Instanzen, glaube ich, vom Endboss war das. Und die haben dann immer noch, ähm, 5 Main-Stat und 5, ähm, Ausdauer zusätzlich. Das wollt Blizzard aber nerven, da kann ich euch jetzt nicht hundertprozentig sagen, ähm. Ähm, wie das im Moment aussieht. Vielleicht ist das jetzt mittlerweile schon einen Ticken weniger. Und dann gibt's halt in Cutter, ähm, und in Wattel, ähm, noch Sockel mit 4. Die, ähm, in Cutter könnt ihr halt 4 Stats durchgehend auf jeden Slot drauf basteln. Das sind die, die am besten scannen. Also von denen sollt ihr euch am besten jeweils einen holen, wenn ihr Main-Stat braucht. Und sonst die Cutter-Sockel. Und, ähm, selbiges ist dann halt bei Agi auch und bei Stärke dementsprechend auch. Und wenn ihr Sekundär-Stats braucht, dann, ähm, sind die höchsten Sekundär-Stats, ähm, 7 Mastery oder 7 Versa oder 7 Tempo. Also ihr seht, 7 ist das höchste, was dann auch dementsprechend, ähm, nicht runtergescaled wird. Wenn ihr jetzt einen grünen nehmt, der 4 hat, 4 Stats, äh, der bleibt bei 4 Stats. Und wenn ihr einen Sockel habt, der 16 Stats hat, ne, der wird trotzdem auf 7 runterskaliert. Also wenn ihr die aktuellen BF, äh, Shadowlands-Sachen reinpackt. Genau, hier ist dann nochmal ein bisschen genau erklärt, wie ihr die, ähm, einen Sockel umbasteln könnt. Ich glaube mal, das brauchen wir uns jetzt nicht im Detail anschauen. Und es gibt halt hier die Möglichkeit, in, ähm, Dragon's Soul, wenn ihr die Bosse tötet, quasi die Partikel zu looten. Dann gibt es einen Händler, wo ihr dann dementsprechend diese epischen Sockelsteine umwandeln könnt. Genau. Dann würde ich sagen, schauen wir uns noch die Consumer-Bus an. Jetzt sind wir mit dem Gear soweit durch. Hier ist es auch noch wichtig, welche Flask ihr nehmt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel die Shadowlands-Flask nehmt, wird die auch runterskaliert und ihr kriegt nur 20 Primär-Stats. Wenn ihr jetzt die Flask hier aus BFA nehmt, wird die auch runterskaliert, aber hat 31 Stats. Heißt, wir wollen, je nachdem, was ihr für eine Ausrüstung habt, immer schön große Fläschchen der Ströme, des Tiefensogs oder unendlichen Tiefen nehmen. Denn ihr habt da einfach 11 Stats mehr. Macht natürlich, äh, einiges noch aus. Selbiges gibt es dann auch beim Food. Ähm, auch beim Food gibt es hier verschiedene Sachen, die quasi mehr ausmachen. Einmal hier das BFA-Food hat 13 Stats drauf. Im Gegensatz zu einem Shadowlands-Food, das nur 7 Stats drauf hat, ne. Hier sprechen wir von Main-Stats. Selbiges, ähm, gibt es dann hier noch bei den quasi Sekundär-Stats. Und hier ist es einfach so, dass wir, ähm, mehr Sekundär-Stats bekommen, ähm, über die Shadowlands-Sachen diesmal. Und zwar gibt es da 18 Stats, wenn ihr dementsprechend die Shadowlands-Sachen, ähm, esst. Und da sind die BFA und Warlords of Draenor-Legion-Sachen tatsächlich alle schlechter. Also ihr seht, das geht hier teilweise gut, äh, auseinander. Hier haben wir das dreifache ein Stat drauf, wenn ihr, im Gegensatz zu dem Legion-Zeug. Also das Scaling ist teilweise ein bisschen komisch, was Blizzard da gemacht hat. Selbiges gilt dann auch bei den, ähm, Pods. Ähm, hier sind die Besten, die aus BFA, ähm, also Überlebender, Kampfdrang, Intelligenz, Beweglichkeit, Stärke. Kriegt ihr für 25 Sekunden, ähm, 105 Stats im Legion-Timewalker, ähm, und die, ähm, Warlords of Draenor bringen nur 67 Stats. Die aus Shadowlands nur 54, fast die Hälfte nur, seht ihr, also das macht erheblich was aus. Und dann gibt es aber noch andere Tränke, die länger halten. Zum Beispiel Trank der verlängerten Macht, der hält eine Minute und bringt halt 40 Stats. Kann man sich halt überlegen, will man halt lieber über eine Minute mehr Stats haben oder will man schnell Bursten? Dann nimmt man halt hier für 25 Sekunden die 105 Stats mit. Genau. Dann, ähm, gibt es das gleiche noch mit Haltränken. Da sind die Besten aus Legion, ne? Hier Astral-Haltrank, die bringen halt 4950 Leben. Und die aus Shadowlands, ähm, sind relativ schlecht tatsächlich. Die bringen nur 2200. Also das bringt auch nochmal um einiges mehr. Mana Pods ist dasselbe. Hier sind tatsächlich die Besten aus Shadowlands. Und dann gibt es noch so Mana Channel Pods. Da sind auch die Besten aus Shadowlands. Dann gibt es noch andere Consumer Bits, zum Beispiel Runen. Da sind die Shadowlands Runen genauso gut wie alle anderen. Also hier ist es wurscht, was ihr nehmt. Ähm, dann haben wir einmal noch die Trommeln. Hier sind alle gleich gut. Die bringen alle 15% mehr Tempo. Also bei den Trommeln ist das auch egal. Und dann gibt es noch zusätzlich aus BFA Kriegsrollen. Einmal gibt es Kriegsrolle der Seelenstärke mit 3% mehr Ausdauer. 3% mehr Int gibt es. 3% mehr Angriffskraft. Die kann der Inschriftenkundler herstellen. Das macht Sinn, dass man sich die nur nimmt. Bei mir auf dem Server waren die sau teuer. Ich war geizig und habe dann für die Tank Challenge nur die, äh, Prozent mehr, ähm, Angriffskraft genommen, weil ich einfach den Damage brauchte. Dann kann man noch die Waffenöle draufhauen. Für DPS nehmen wir das Schattenöl mit, beziehungsweise, ähm, gibt es für Heiler und Selfie noch dieses andere Öl. Aber Schattenöl scheint the way to go zu sein. Und dann kann man noch diese Schärfungssteine hier nehmen, wenn man die haben will. Physical Damage ist das nicht so verkehrt. Und, ähm, da sind auch, gibt es ja nur die Shadowlands Variante. Also da sollte man die großen Schleifsteine hier benutzen. Dann könnt ihr noch das Armor Kit benutzen. Das gibt es auch, ähm, das Beste aus Shadowlands. Einfach schweres Gramm-Lederrüstungsset. Und das sind dann soweit quasi alle Consumables, die wir durchhaben. Heißt, ähm, gucken auf dem Gear maximale Sockel draufhaben. Gucken auf dem Gear, äh, maximale VZs draufzuhaben. Sinnige Trinkets rauszusuchen. Je nachdem, was bei der Klasse am besten ist. Ein paar Items noch zu suchen, die extra Effekte draufhaben. Wie gesagt, die Legendary Sachen sind alle deaktiviert. Dann ein bisschen durchschauen, welche Consumables bringen euch das meiste raus. Und ja, dann, ähm, habt ihr das Optimale an Vorbereitungen. Zusätzlich könnt ihr euch noch, ähm, alle möglichen anderen Sachen holen. Wie Trommeln, wie Runen, wie Flass, Pods, ähm, Öle, Rüstungskit und diverses. Also es sind einige Möglichkeiten geboten, aber schlussendlich müsst ihr die Challenge trotzdem selber spielen. Also alles dieses, ähm, äh, diese Verbesserungsgier bringen euch nichts. Die Challenges müsst ihr halt, äh, den Damage bringen und das Movement bei den meisten, um dann das zu schaffen. Das eine hilft euch nur einen Ticken weiter. Man kann es aber auch alles ohne Gear schaffen. Gibt genug Leute, die das mit dem ganz normalen, stinknormalen, äh, Shadowlands Gear gemacht haben. Ähm, und ja, ich würde sagen, damit sind wir am Ende. Ich habe für die Tank-Challenge schon den kleinen Guide rausgehauen. Ich werde mich jetzt an den anderen Challenges auch noch probieren. Und ich hoffe, da kann ich euch dann auch nochmal Videos präsentieren. Und damit sind wir am Ende von dem kleinen Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Ich habe bestimmt jetzt noch fünf andere Sachen, die jemand noch im Kopf hat, vergessen. Schreibt es gerne in den Kommentaren, helft der Community. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Euer Tila, bis dann. Äh, ciao.